Mit unserem Modul Anrufe haben Sie die Möglichkeit ganz einfach Anrufe zu erfassen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie Ihre Telefonanlage mit dem TechArt System verbunden haben, so dass automatisch bei allen eingehenden und ausgehenden Anrufen ein Anruffenster geöffnet wird oder ob Sie Anrufe ganz einfach händisch hinterlegen. Wenn Sie Anrufe über Ihre Telefonanlage erfassen, bietet Ihnen das Feld Anruf getätigt von die Möglichkeit zu hinterlegen, welche Person denn tatsächlich diesen Anruf geführt hat. In unserem Fall sind wir als Thomas Tracht hier natürlich schon einmal ausgewählt. Wenn wir diesem Anruf jetzt noch einen bestimmten Betreff aufzuordnen, wie zum Beispiel eine Besprechung und dann die Dauer händisch einmal auf eine Dreiviertelstunde setzen, können wir anschließend hier in dieser Leistung noch die entsprechenden Mitarbeiter oder Kollegen auswählen, für die dieser Anruf ebenfalls interessant sein könnte. Das heißt, hier könnte ich jetzt sagen, dass unsere Kollegen Daniel und Margarete ebenfalls von diesem Anruf erfahren sollten und hier gäbe es jetzt auch noch die Möglichkeit, in den Notizencodes zu hinterlegen, worum ging es denn tatsächlich in diesem Anruf. Diesen Anruf kann ich nun speichern und wenn ich dann einmal in die Auswertungen wechsle, wird in den Tagesaktivitäten jetzt direkt unsere neu angelegte Anrufbesprechung mit der insgesamt dreiviertel Stunde angezeigt. Somit ist es jetzt auch möglich, die Zeiterfassung zu nutzen, wenn Sie Ihre Telefonanlage mit dem TEC-CM verbunden haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017